hallo liebe kaffee freunde in diesem video möchte ich euch zeigen wie die milkstation an die kaffee station montiert wird wir müssen zu allererst damit wir das teil an die kaffee station montieren können die gurtbrücke entfernen und die maschinenhalterung in diesem zuge möchten wir euch auch den genialen kapselnhalter cap rack vorstellen der an den küchenblöcken an jeder ebenen fläche montiert werden kann aber das ist der clue auch an der milkstation an dem boden befestigt werden kann es sind jeweils zwei positionsbogen vorgesehen damit die montage erleichtert wird je nach einsatzzweck kann der cap rack natürlich auch gedreht werden in den meisten fällen ist es sinnvoll dass die einführungsöffnung an der vorderseite ist aber er kann auch gedreht werden so nachdem nun der cap rack montiert ist der auch über meinen shop zu beziehen ist www.jp-24.de können wir die milkstation an die kaffee station montieren dazu wird das hier angesetzt und mit den beiliegenden euro schrauben verschraubt nun werden auch die unteren schrauben wieder eingesetzt so nun ist die mixstation von unten sicher verschraubt es werden die euro schrauben auch noch eingedreht was nur noch fehlt ist die kurzbrücke für die maschinenhalterung wie bei der maschinen bei der kleine maschinenhalterung in die hinteren löcher so voilà die mixstation ist schon an die kaffee station angebaut nun können wir den milchaufschäumer aerocino 3 einsetzen und auch die maschine in diesem fall jetzt hier die initia in die halterung einbauen der milchaufschäumer aerocino wird durch die zwei klettbinder gehalten damit auch dieses teil während der fahrt sicher gehaltert ist nun wie zu sehen ist hat alles seinen platz es ist schön gehaltert es ist sicher untergebracht während der fahrt und es steht alles bereit um sich leckere kaffee mit spezialitäten zu bereiten wir können natürlich auch unsere kaffee kapseln wunderbar in den cab rack einsetzen und es hat alles seinen platz es ist alles aufgeräumt sicher verstaut es macht wirklich freude man hat nun eine vollwertige kaffeebar in seinem mobilen domizil in seinem wohnwagen in seinem boot in seinem wohnmobil oder auch in einer single küche und es würde mich freuen wenn sie in meinem shop www.jap-24.de sich noch weiter informieren würden vielen dank fürs zuschauen tschüss und dann wird es alles alles